Ich kann das euch zeigen. Sniper Zwerg ist nicht 1.0. Zwerg ist hier 2.0. Mein allererster Hardcore-Charakter. Mein allerallererster. War ein Zwerg? Nicht den Namen Sniper Zwerg. Wieso heißt er Sniper Zwerg? Fragt ihr. Erstmal, weil ich es nicht aussprechen kann. Zweitens, weil ich eigentlich Dwarven Sniper mich nennen wollte. Wegen Dota. Aber der Name war zu lang. Und, Moment. Wir waren in Maraudon. Damals in Hardcore-WOW. Das war eines meiner allerersten Clips, die ich jemals gehabt habe. Ich mach mich mal auf Mute. Ich glaube, ich kann das hier... Ich glaube, ihr müsstet das hören können. Ich bin dead. Ich hab getippt. Ich bin dead. Ich hab grad getippt. Sorry, guys. Good luck getting outside. Next. Ja. Und da hab ich damals meinen Zwerg verloren. Mein allererster Hunter. Ja. Und... Deswegen hab ich nochmal wieder geboren. Und hoffentlich wird das nicht nochmal passieren. Muss ich sagen. Das hoffe ich sehr. Dass das nicht nochmal passieren wird. Aber ja, das ist der Grund, wieso ich hier... ein Zwerg Hunter spiele. Weil... er muss nochmal wiederkommen. Wird es getrackt, ob du in einer Gruppe warst, wie damals mit dem HCR? Ne. Es ist nur ein Self-Hour-Modus. Kein Solo-Self-Hound. Und hallo Helga. Guten Morgen.